Kuh-Muttermilch stehlen. Ich esse keine Milch. Käse, du isst Käse, du Hunk. Nein, Käse. Hey. Mozzarella isst Käse. Aber nicht beleidigen jetzt. Mozzarella isst Käse. Ja, okay, ja. Und heul mal nicht rum wegen Beleidigungen, während du Kühe versklaven lässt. Ja, aber du darfst mich ja trotzdem nicht beleidigen. Ich darf, glaub mir. Warum darfst du das? Wo ist das verboten? Das darfst du dich auch beleidigen. Wenn du ihm recht bist, nur zu. Jemand, der behauptet, er konsumiert keine Milch, nachdem ich ihm erklärt habe, dass Mozzarella Käse ist und dass es aus Milch besteht, den darf ich fachgemäß korrekt als kleinen Honk einstufen. Also. Was heißt Honk? Nichts Schlimmes. Zurück zum Thema. Anzeigen. Müsst du weiterhin Kühen munieren? Vielen Dank.